Herzlich Willkommen zum nächsten Teil vom Let's Play Baphomets Fluch. Das letzte Mal haben wir aufgehört, nachdem wir endlich den Kanaldeckelheber an der Baustelle, an dieser Baugrube bekommen haben, nachdem wir dem alten Mann die Zeit umgegeben haben. Und ich würde sagen, dann machen wir uns doch jetzt direkt auf den Weg in die Gasse, wo wir gestern schon waren und schauen mal nach, ob wir jetzt in den Kanal kommen und schauen, ob wir vielleicht noch auf die Fährte des Clowns kommen. Nein, das ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, wir werden auf die Fährte des Clowns kommen, sonst wird das Spiel ja schon nach nicht einer Stunde vorbei. So. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Dann gehen wir doch jetzt da rein. Mal schauen, wo wir rauskommen. Da liegt doch jetzt schon der erste Hinweis, diese rote Kugel da. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Auf der Karte steht Augustin Rousseau, Aspecteur de Police. Er wohnt südlich des Friedhofs von Moparnasse. Die Nase ist hohl. Auf der Innenseite steht La Rizée du Monde, Paris. La Rizée du Monde, das wird dann wahrscheinlich der Kostümverleih sein. Naja, gehen wir weiter. Noch eine Sache, falls ihr euch fragt, warum ich nicht den Directors Cut spiele. Das schöne HD-Remake mit neuer Grafik und so weiter. Das habe ich tatsächlich letztes Jahr gespielt. Also ich besitze es schon. Ich muss nur sagen, an sich, wenn man es früher mal gespielt hat und nicht die Möglichkeit hat, das alte Original nochmal zu zocken, ist es ganz schön. Ist auch ein schöner Fanservice. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Und ja, hatte auch ein paar neue Missionen. Vor allem die Geschichte um Plantar und so weiter und auch um diese Nicole, die Reporterin, die wir eben kennengelernt haben, ein bisschen erzählt. Es ist zwar ganz schön, aber irgendwie fehlt mir der Charme des alten Spiels. Vor allem kann man im alten Spiel viele unnützliche Dinge anklicken und betrachten und damit interagieren. Ich nehme den Stoppwetzen und mache ihn vom Haken ab. Ab und zu kommt dann noch so ein lustiger Spruch. Auch wenn sich das im Laufe des Spielverlaufs immer weniger macht und man es am Schluss eigentlich im Original so gut wie gar nicht mehr gemacht hat, sondern sich wirklich auf das, was wichtig war, konzentriert hat. So macht es doch irgendwie ein bisschen Charme des Spiels aus und wenn man das dann im Remake einfach weglässt oder nur noch ganz wenige Dinge davon drin hat, wird es halt schon. Wenn man es gewohnt ist, vermisst man es halt. Ich habe mich deswegen für das Original entschieden. Hallo. Bleib genau da stehen. Du, du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Ich denke, eine Sache ist klar. Der Einbrecher bei ihm wird wahrscheinlich derselbe Typ sein, den wir verfolgen. Jetzt haben wir da unten ja die Clownsnase gefunden, ein fettiges Taschentuch, also wahrscheinlich die Schminke aus dem Gesicht und ein Fetzen einer Hose. Also, ich schätze mal, da unten wird er sich umgezogen haben. Das heißt, als er hier aus dem Gully rausgekommen ist, wird er schon anders ausgesehen haben. Aber, fragen wir ihn doch einfach mal. Einen Clown. Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mordjö! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mordjö! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Das kann ja wohl gar nicht sein. Das habe ich schon gedacht. Natürlich ist ja das. Das erklärt Ihnen doch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pegal. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Naja. Fragen wir ihn doch mal noch zu der Person, die er verfolgt hat. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher. So wie Sie. Sagt Ihnen der Name Plantar etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden und wenn ich in jeden Gully in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel? Wenn den treten, werden Sie nicht weit kommen. Das werden wir immer noch sehen, wie weit wir mit den Tretern kommen. Denn wir stehen hier ganz am Anfang einer weltumspannenden Reise. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster. Ich bin ein amerikanischer Tourist. Pah! Das behaupten Sie? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, oder muss ich die Polizei rufen? Hm, Polizei, das ist das Stichwort. Zeilen wir noch einfach heute unsere Karte. Vielleicht achten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Ressant? Was heißt das hier? Morddezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Kein Tourist? Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Klar hat er das Gefühl gehabt. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Fangen wir ganz von vorne an und erzählen Sie bitte alles genau so, wie es vorgefallen ist. Eben waren wir noch der dreckige Verbrecher, der aus dem Gully kam, dem er nicht geglaubt hat, dass er Tourist ist. Und jetzt hat er schon gleich in unserer stolzen Haltung gesehen, dass wir ein Mann von Ehre sind. Naja, also befragen wir ihn doch einfach erneut. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenjänen anzulegen. So, nochmal zu dem Opfer. Sag Ihnen der Name Plantar etwas. Nein, gar nichts. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie möchten also nichts hören von meinen Erlebnissen in der Wüste? Ich habe dafür gekämpft, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist. Das glaube ich gerne, aber ich bin gerade etwas in Eile. Also nochmal, kennt ihr die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne Sie sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor, na, sechs oder sieben Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die ihr Besuch für mich bedeutet. Oha! Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Und was habt ihr jetzt schon wieder gedacht bei der Entspannung, ne? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher! Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht. Aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur! Naja, wie gesagt, das werden wir alles noch rausfinden. Was in dem Koffer war, wer der Täter war, was das Opfer im Café gesucht hat, warum das Opfer hat müssen sterben. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur! Das ist einfach, äh, abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt. Ne, Schipper? Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Aha, fragen wir doch mal zu dem Muster. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur! Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande! Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe Sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Steckt denn noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger so. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passantvertrag. Das hätte ich nie geglaubt. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74-98-08-59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Dann bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. So. Mal schauen, was er da findet. Dann habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie es. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Genau. Die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um Sie auf eine falsche Spur zu locken. Klar. Ich muss jetzt wieder los. Klar, klar, klar. Wir wollen Sie auf eine falsche Spur locken. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Die wir an ihm gesehen haben. Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ich lasse sie raus. Aber das wird sich alles nachher noch klären. Ich hoffe, Sie schnappen den Kerl, Inspekteur. Das hoffe ich auch. So, dann haben wir doch jetzt das Telefon und die Nummer. Na, da rufen wir doch diesen Todtrick gleich mal an. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobbart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobbart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todtrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Ein ganz komischer Zeitgenosse, dieser Todtrick. Kennen Sie einen Mann namens... Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plontar zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einem Plontar gehört habe. Ah, wollen wir das mal zum Clown. Jetzt suchen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chondelle Wert gelegt hat. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todtrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ich weiß ja nicht, ob Sie das nur sagen, damit ich glaube, Sie wüssten nicht, was ich meine, aber... Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todtrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Wussten Sie schon, dass einer Ihrer Kunden zeitweise als Clown auftritt? Wenn ein Mann mit einer Packnase und einer Torte im Gesicht glücklich ist, wo liegt da das Problem? Okay, gehen wir nochmal zu Plantard über. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Äh, äh, was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund, was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Naja, das bringt mich nicht weiter. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todtrick. Gehen wir doch nochmal, bevor wir jetzt nochmal Niko anrufen, gehen wir doch einfach mal zurück zum Café und teilen Sergent Mouet mit, was wir herausgefunden haben. Sergent Mouet? Bitte verschwinden Sie, Monsieur. Ich habe die Spur des Clowns verfolgt, Sergent. So, haben Sie das, Monsieur? Jawohl, die Straße runter gibt es einen Mann, der gesehen hat, wie er aus der Kanalisation gestiegen ist. In seinem Clownskostüm? Nein, er hatte sich inzwischen umgezogen in normale Klamotten. Aha. Und woher weiß er dann, dass es der Clown war? Weiß er natürlich nicht, aber alle Indizien passen, wenn man eins und eins zusammenzählt. Das können kleine Kinder auch schon. Und trotzdem lasse ich sie nicht mein Bankkonto verwalten. Okay. Wir könnten ihm jetzt noch die Kleidungsfetzen zeigen und den Gudi-Deckelöffner und was weiß ich noch was. Aber das bringt uns alles nicht weiter. Ich denke, wir rufen jetzt Nicole Collard an. Hören, was sie in der Zwischenzeit herausgefunden hat. Und gucken, dass wir in der Story jetzt weiterkommen. Ähm... So, Nicole Collard. Hallo, Collard. Oh, hi. Hier spricht George Stobbert, der Amerikaner aus dem Café. Ah, oui. Ähm... Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Aber warum kommst du nicht hier rüber in mein Apartment? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarrie Nr. 361. Okay, bin gleich drüben. So. Wenn man sieht, kann man auch hier nicht vorspringen. Man muss dann wirklich laufen und laufen, laufen. Ähm... Rue Jarrie. Wir könnten jetzt noch zur Polizei, aber das bringt uns auch nicht weiter. So. Aber hier sitzt doch noch jemand, mit dem wir reden können. Oh, hi. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Da hat er recht. Ähm, dann zeigen wir Ihnen doch die Gegenstände. Erkennen Sie die Nase? No, Monsieur. Hm. Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein. Damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Das ist eine Zahnarztpraxis. Also, ich habe ja schon panische Angst vor Zahnärzten. Aber, äh, wenn er dann noch mit so einem großen Gerät auf mich zukäme... Naja. Nein, danke. Ähm, weiter im Text. Vielleicht weiß ich was zum Stoff. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Da hat sie nicht ganz unrecht. Und jetzt noch zum Taschentuch? Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Aber angeekelt ist sie auch nicht. Naja. Fragen wir doch mal, was es da mit den Blumen auf sich hat, wenn sie uns doch die Zukunft voraussagen will. Ui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Totenblumen. Für manche Leute sind das Totenblumen. Ih, danke für die Warnung. Ähm, was können wir noch... Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die? Unsicherheit. Hm. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Keine Angst, George. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris. Die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Hm. Vielleicht kennt sie ja Nicole. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collar heißt? Ja. Sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt, wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit drei Jahren. Das wäre jetzt übrigens auch eine wichtige Information, ansonsten hätten wir die Tür nie aufbekommen. Wie lange wohnt Mademoiselle Collar schon hier? Also das war früher noch so. Man konnte in vielen Spielen Sachen erst machen, wenn man... Hier steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügend gehaltsam. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die billige Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was besseres. Ein ganz berühmtes Beispiel ist zum Beispiel der Shenmue. Wo du ja erst... überhaupt erst an einer Stelle weiterkommst, bevor du nicht mit einer ganz bestimmten Person über ein ganz bestimmtes Thema gesprochen hast. oder irgendwo, was weiß ich... auf einem Schild eine Öffnungszeit hast müssen lesen, bevor du überhaupt an irgendeiner anderen Stelle dann... zur passenden Zeit mit einer ganz bestimmten Person treffen konntest. Also, obwohl du gewusst hast, wer die Person ist, wo sie wohnt und wo du hingehen musst... hast du... musst du bei dir schon Mut trotzdem vorher alles dran machen. Und so war das eigentlich damals in den meisten Spielen. Das hat sich heute ja geändert. Heute kann man ja viele Spiele... Ich dachte, Magnus Herkula sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt, trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Sondern es will ich dann doch mal noch unsere Zukunft wissen. Ich habe es mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Zehn Franc bitte, mein Lieber. Zehn Franc? Das ist Wucher! Wenn Sie meinen. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Hm, das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Klar. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute, kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Oh, das sind aber pessimistische Aussichten. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Aber sie wird mit der langen Reise recht haben. Wir werden nachher noch andere Schauplätze kennenlernen. Unter anderem, da freue ich mich schon richtig drauf. Ein Pub in Irland. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Ibia, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an der Weilen Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Mehr noch, ich weiß auch, wo er das Clownkostüm geliehen hat. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie, Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er rät mir die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was mir hier im Norden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. So. Ähm. Zeig mir doch mal was wir gefunden haben. Ich habe diese Zahl von Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Es ist Larisée du Monde darin eingedruckt. Die Lachnummer der Welt? Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs St. Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum ziehst du sie nicht an, George? Keine Chance. Dann sehe ich ja wirklich so dumm aus, wie ich bin. Außerdem war er vielleicht erkältet. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer, von dir da hinunter zu steigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George. Das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Es wird wohl unser Täter sein. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Ja, das hast du... Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Fragen wir doch mal nochmal ein bisschen über Nico. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war acht und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. Vier Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Oh, das muss eine harte Zeit gewesen sein. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Jetzt schmeißen wir uns aber ran. Naja, fragen wir doch mal weiter nach dem Clown aus. Was erzählen wir von den bisherigen Opfern des Clowns? Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieben. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein. Er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Einem Schneemann? Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf verschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen, er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Also wir haben jetzt einen Clown, einen Königspinguin und einen Schneemann. Was kommt denn noch? Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast, mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. So, aber ich denke wir haben jetzt mal genug Infos, um noch über Todrick anzufangen. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, hör zu. Danke. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? Haben Sie mal einen Anzug für einen Mann mit einer Gesichtsnarbe angefertigt? Eine Narbe in Form eines Halbmondes. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann und ich lasse sie in Ruhe. Und wenn ich es nicht sage? Lasse ich sie nicht in Ruhe. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wenn Sie mir seinen Namen nicht verraten. Wissen Sie, wo ich den Kerl mit der Narbe finden kann? Ich habe doch gesagt, ohne Namen läuft da gar nichts. Danke. Dann müssen wir also noch den Namen rausfinden. Ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Kostümverleih. Wo? Wo? Ich werde wohl mal dem Kostümverleih einen Besuch abstatten. Gute Idee. Und schaue mal nach, was es dort gibt. Aber das werden wir im nächsten Teil machen. Denn wir sind mit diesem Teil wieder mal am Ende angelangt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter. Schreibt in die Comments, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Kritik, Verbesserungsvorschläge, ich bin für alles offen. Und hoffe, wir sehen uns dann zum dritten Teil von Let's Play Baphomets Fluch.